Hallo und herzlich willkommen zurück zu Outlast. Jo, in das Spiel vorhin fahren. Bisschen laut. Noch einmal eine kurze Folge. Ich hab nicht Bock auf dieses Spiel. Jetzt hier anfangs wird es immer nur alle zwei Tage kommen. Später wird es dann täglich kommen, wenn Kickdown Mords fertig ist. Also ab dem 30. in fünf Tagen. Es gibt jetzt erst mal drei Folgen, bis dahin und dann täglich. Und los geht's. Hallo? Laden, 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 Laden. Laden, Laden, Laden. Das Lied aber echt langer. Mega langer. Oh, oh. Hallo? Ist hier jemand? Was war denn das? Beter. Tschüss. Gehen wir noch mal? Infrarot. Äh, so nicht. Alter, steht der da hinter der Tür? Nein, so nicht. Da bin ich noch mal. Shit, ey. Mama. Wie wär's denn, wenn du mal dieses scheiß Licht anmachst? Wie geht denn das überhaupt an? Optionen. Tutorials anzeigen. Tutorials anzeigen. Ähm. Steuerung. Licht. Äh. Kamera. Rauszoomen. Springen. Pausenmenü. Hineinzoomen. Ich brauche Steuerung links. Vorwärts. Nichts was ich brauche. Ein Camcorder. Ein. Aus. Nachtsicht. F. F. Oh, hier war eben irgendwas. Aber was? Wie? Hier ist ne Leiche. Hör. Er nimmt noch! Sie töten uns. Sie sind aus. Sie sind sehr. Sie sind von Sicherheit. Sie können nicht fighten. Sie müssen sterben. Sie können die Hauptmachstellen. Sie können aus der Sicherheitskontrolle ausziehen. Es ist ein Sicherheitskontrolle. Er lebt nicht mehr. Ich glaube er lebt jetzt auch nicht mehr. Shit War doch grad jemand Hä, der ist weg Hallo Hallo Eee Da ist ein Arm im Klo Da ist ein Arm im Klo Nanananana Hallo Öffnen Sie bitte diese Tür Abgeschlossen Hier geht's nicht durch Dann zwängen wir uns durch diese Gezwälder Fee Alter Alter Und wer bist du denn? Ja, wer bist du denn? Du bist ausgewählt, ausgewählt, ausgewählt. Hier sind wir. Neues Ziel, fliehe aus der Nervenheilanstalt. Benutze dein Sicherheitsterminal um den Haupteingang frei zu schalten, um zu öffnen, oder was weiß ich. Schön, dass wir erwischt wurden. Dort liegt ne Batterie. Danke. Nimm doch das Ding. Da fehlt der Kopf. Tür bitte öffnen. Überall Computer. Hier würde auch irgendwas liegen, was wir brauchen hier. Das sind Leiche. Die brauchen wir nicht. Sind überall irgendwie Leichen. Ich weiß ja auch nicht. Die Leichen, da sind alle noch an. Hier ist Blut. Hier ist Blut, Junge. Ich glaub nicht, dass das so gut ist. Halte Q. Oder E gedrückt, um dich zur Seite zu lehnen. Was ist der denn? Ich will dich jetzt mal drauf anlegen und gucken, was du bist. Hallo? Lebst du noch? Wie? Ähm. Vielleicht hätt's ein bisschen mehr essen sollen. Hier sieht voll ekelhaft aus. Wie leben hier alle noch? Gucken wir mal, wir fernsehen. Hallo? Hallo? Wie verwandeln die sich, oder? Wie denn, wie? Wie kald es? Wie? 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 Gesammelte Objekte bei dem Motivsblatt Aktualisiert Geht's nun mal nicht durch Er ist immer noch da Das ist überhaupt das Sicherheitsterminal Blöde Frage, nächste Frage Bökeln, mein Freund, bökeln Ich würde noch lauter atmen Geht's nun los mit dem Typ Gääh Ich bin zuverwalt 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 Sicher nicht Ich glaub das da ist das Sicherheitsterminal oder? Nimm den Schlüssel Inventar, Schlüsselversiegerung. Sicherheitstermin. Tippel, Tippel, Tippel! Hallo? Tsch! Ich glaube, in den Keller möchte ich nicht. Du kannst nach hinten schauen, indem du einen Laufenden drückst. Hä? Was soll dem was passieren? Oho! Hallo? Iiiiih, Witness. Iiiih, sind überall verstimmende Leiche. Hä? Da hat sich grad was bewegt. Iiiih, sind fliegen. Jaaa, Security. Ich bin die Security. Der Leid. Wer lügt denn hier? Mach was, Junge. Mach was, Junge. Ähm, wer ist das? Und warum guckt der in die Kamera? Ich wollte das nicht ausmachen. Neues Ziel. Startet den Generator im Keller. Neu. Neu. Das machen wir. Ja, ist im nächsten Part. Er läuft mich grad da lang. Ähm, da kommt gleich rein. Das war's für dich, mit diesem wunderschönen Tod, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir in den Keller gehen, es geht schon mal in der Zeit, bald eigentlich, tschüss.